Jans Energies aus Aschweiler bei Wils suche ich als Installateur für Sanitär- und Heizungsanlagen. Hallo, mein Name ist Mike Elsen. Ich bin bei Jans Energies der Verantwortliche für alles, was Heizung, Sanitär und Lüftung betrifft. Wir arbeiten in ganz Luxemburg an privaten sowie öffentlichen Objekten größtenteils sogar schlüsselfertig. Ich bin Steve und ich bin der Patron von Grupp Jans. Mein Papier der Betriebe für Romévi Dröschjör gegründet, mit der Zielsetzung, dass ich die Immobilien aus enger Hand realisieren werde. Idealerweise bringst du eine Ausbildung als Heizungsinstallateur mit oder eine mehrjährige Erfahrung in dem Beruf. Du arbeitest in Teams von zwei bis vier Leuten und ihr seid in einem voll ausgestatteten Firmenfahrzeug unterwegs. Ich arbeite im Bereich Schoffersanitär. Ich bin seit zwei Jahren bei Jans. Ich arbeite mit einem guten Arbeitskollegen, das geht tipptopp. Ich verstehe alles gut. Solltest du Interesse an Fortbildung oder Weiterbildung haben, lass uns dies gerne wissen und wir versuchen dies bestmöglich mit dir umzusetzen. Ich bin seit zwei Jahren bei Jans. Mein Schwerpunkt ist Heizung, Sanitär und Lüftungsbau. Für mich ist es am meisten Spaß, wenn wir ein großer Baustell sind. Was ich gerne machen aus Ventilationen, Toiletten zu bauen. Wenn du dir vorstellen kannst in unser Team einzusteigen, dann klicke einfach auf den Link und beantworte uns ein paar Fragen. Wir melden uns dann umgehend bei dir. Dr Wojjal Geist itu Geist Toiletten Geist 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 Vielen Dank.